Nein! Ja! What the fuck? Sef! Heute spielen wir zusammen Rocket League Sideswipe. Und hier hinten seht ihr auch schon unsere ganz wichtige Strategie. Das ist der Sef, das bin ich. Wir lachen beide, weil wir natürlich gewinnen. 3-0. Klar, weil einfach so, oder? Hier hinten ist kein Goal und hier ist das Goal. Das sind unsere Gegner. Sie sind traurig, weil wir immer gewinnen und sie immer verlieren. Genau. Und die Strategie ist eigentlich, ich spiele einen hohen Ball ins Niemensland und Anja macht eine Runde übers Dach und boostet dann rein. Das ist eine Strategie, die wir oft verfolgen und die andere ist, es ist ein Spiel und Anja gibt einfach Gas und boostet und hört nicht auf Gas geben. Das ist der Chad-Anja. Und unsere Strategie testen wir jetzt in einem 2v2-Match gegen den Texo, der amtierende TCS eSports League Meister und gegen den Syntax, anscheinend auch ein ganz guter Rocket League Spieler. Genau. Und ähm... Game on! Der Sack! Nein! Nein, der Sack! Nein! Oh gut! Nein! Kann er? Nein! Ja! Nein! Ich habe es nicht geschafft! Schön! Jawohl! Amen! Peter-Zack! Nein! 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 Okay, er hat gerade so hart auf mich gepflegt, dass er gerade große Rocket League-Skills auspackt hat. Rechts! Der Anja macht noch 11-2-1-Goal! Nein! Der ist noch nicht am Boden! Nein, nein, nein! Nein! Das war okay. Das war ein krasser Trajekt, Mann. Round 2. Fight! Ich hab die Sofa gekackt. Anja, wir haben jetzt beide Sofa gekackt. Scheiße! Das ist alles. Nein! Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Oh nein! Die Tables turnen. Oh, da ist der Shot. Da ist der Shot. Oh mein Gott! Was war für ein Zug, Alter? Oh nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wow! Wait, Press auf! Round 3, Fight! Look doch noch, ich schließe mich damit. Das ist k指st, wunderschön. Teamwork, Mann. Teamwork! Nein! 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 Sack! Goat! Und jetzt kommt er mit dem Attack-Salber! Holy... Nein! Oh mein Gott! Sie sind die Insta! Nein, ich hoffe nicht. Okay, okay. Nein! Disrespekt im Ernst bin. Schau, du musst da noch zuschauen. Schau, schau, schau! Ich könnte es machen. Können wir das Outro machen? Ich sitze einfach zerstört da. Und du du es gleich weipen. Ist das gut? Und du musst einfach traurig schauen. Ja. Okay. 3, 2, 1... Anja, wir hätten schon arbeiten können. Wir müssen einfach dranbleiben, Anja. Nein! Wir hätten sie einfach... Wir hätten besser sein als wir. Ich bin enttäuscht von uns. Von mir. Von Ihnen! Okay! Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich habe... Ich habe noch nie jemanden so hässig gesehen. Ein verdammtes Ding geputzt. Ja, es ist so mega anstrengend. ... baby headstand... ... ... Amen.